Zwo, Zwo, Drei Das Brummen der Tiefkühltruhe Liegt wie ein Schiff im Raum Liegt mich in selge Ruhe Auch meinen Mann stört das kaum der sah ein Zimmer da und lachte, roch aus dem Mund nach Bier. Ich hab meinen Mann geschlachtet, nachts zwischen eins und etz, das war vierte oder dreiviertel, vier, die Lungen, die Nieren, die Leber, erst ökologisch entsorgt, dann lang in Champagner gebadet und billigen Rotwein entkommt. Ich bin nicht etwa umnachtet, nicht krank und von kaltem Gemüt. Ich hab meinen Mann geschlachtet, bevor er den Koffer, den Hut und den Hund und das Ticket nach Spanien sieht. Und das Ticket nach Spanien sieht. Ich hab' meinen Mann geschlachtet, ihn pfundweise portioniert und dann in die Truhe verfragt, obwohl er nicht gern friert. Ich hab' meinen Mann geschlachtet, gar keine schlechte Idee vom Standpunkt der Ausbau betrachtet. Schon das die Nerven, die Gardinen, die Topflaschen, den Aschbecher, den Flaschenöffner und das Portsmonee. Eheh, eheh, eheh. Eheh, eheh. Untertitelung des ZDF, 2020